Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ich bin fertig mit einem absoluten Chaosbasteln. Das habe ich so in der Art relativ selten. Und zwar wollte ich eigentlich eine Dankeskarte machen für eine Freundin, die uns ein paar Spiele geschenkt hat. Und ich hatte eine Idee im Kopf und ja, es war ein bisschen Chaos zwischendrin. Und die Idee hat nicht funktioniert und dann hatte ich aber schon angefangen. Und deshalb sind zwei Karten bei rausgekommen, zwei ganz unterschiedliche. Aber ich habe gedacht, ich lasse das einfach mal so, zeige euch, wie mein Prozess war, was ich mir alles so gedacht habe. Damit ihr das einfach mal nachvollziehen könnt, dass beim Basteln nicht immer alles so perfekt ist. Die meisten Videos starten ja mit irgendeiner Anleitung und die haben sich das vorher ganz genau überlegt. Wie gesagt, ich hatte mir was überlegt, aber es ist schief gegangen. Aber ich wollte euch das trotzdem einfach mal zeigen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video. So, für diese schnelle Kartenidee braucht ihr irgendeine Stanzgrundform. Also, es gibt bestimmt auch Blumen oder sowas, kann man bestimmt auch schöne Sachen mitmachen. Ich habe mich jetzt für ein Sechseck entschieden. Und da stanze ich mir jetzt erstmal drei Kucklöcher aus. Und weil leider beim Bigshotten, beim Ausstanzen, bei mir alles wackelt, schalte ich euch aus und zeige es euch nachher, wie es aussieht. So, ich habe mir das zwischendrin nochmal gar anders überlegt. Ich wollte ja eigentlich drei, also zwei untereinander, eins versetzt und da den Spruch hin stempeln. Jetzt kam mir beim Ausstanzen die Idee, dass ich ja den Spruch auch hier drauf stempeln kann und dann das mit einem Dimensional so hochpoppen kann. Deshalb jetzt so. Dann, als nächstes, so, dann nehme ich mir ein Stempelset. Ich habe mich jetzt hier für das Playfall Backgrounds von Stampin' Up entschieden. Das gibt es nicht mehr, aber es kommen ja immer wieder Hintergrundstempel raus. Das ist ja kein Thema. Und dann stempel ich einfach das Ganze noch ein bisschen attraktiver, dass es nicht ganz so leer wirkt. So, hier ist mir jetzt wichtig, dass das eine ganz neutrale Farbe ist. Ich habe Schiefer Grau genommen. Dann habe ich meine Kartenbasis und die Kucklöcher will ich jetzt... von innen verkleiden, sozusagen. Und jetzt klebe ich einfach in den Hintergrund bunt Washi-Tape. Man kann hierfür natürlich auch wunderbar, ich habe euch ja gesagt, ich will euch auch noch ein paar Tricks für eure Reste verraten, auch wunderbar DSP-Reste nehmen. Man könnte jetzt auch, wenn man es ein bisschen geschickter gewählt hätte, als ich das jetzt gemacht habe, hinter jedes eine andere Farbe machen, dass die unterschiedlich farbig hochpoppen. Das geht auch. Da kann man ganz viel spielen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Man sollte vielleicht nur gucken, dass es nicht zu durcheinander wird von den Farben her. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, für Grün- und Blautöne entschieden. Man kann bestimmt auch, das kommt mir jetzt natürlich erst, wo ich schon angefangen habe, einen Regenbogen machen. Das ist bestimmt auch sehr nett. Also da dürft ihr euch in aller Ruhe austoben. So, also wer jetzt die Löcher geschickter gewählt hat, als ich, der kann einfach hingehen und ein schöneres Washi-Tape nehmen, zum Beispiel, was nicht so unruhig ist. Und das dann damit machen, zum Beispiel. Oder was mir auch noch eingefallen ist, wodurch es auch ein bisschen ruhiger werden könnte, ist, wenn ich zum Beispiel Marineblau, also was ich hier schon drin habe als Ton, nochmal als Rahmen nehme, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde die Karte jetzt nicht mit euch basteln, nur damit ihr es mal gesehen habt, dass ich einfach nur ein großes Loch wählen werde. Dadurch habe ich natürlich hier unten jetzt Washi-Tape verschenkt, aber so ist es jetzt halt. Und dann da auch, je nachdem, einen Spruch drauf mache. Oder das gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Aber man kann diesen Hintergrund mit Washi-Tape machen. Ja, das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Und dann passt das. So, ich habe mir eine neue Basis geschnappt, weil ich ja hier meinen Aufleger jetzt habe, mit dem ich arbeiten möchte. Und habe mir aus einem wunderschönen DSP, ich gehe euch das mal ganz kurz holen. Das ist das DSP, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe mich schockverliebt. Und, ja, dass ihr das mal gesehen habt, hat ganz, ganz tolle, so gemalte Effekte. So, und jetzt bin ich hingegangen und habe von jedem, was ich hinterlegen möchte, eine Nummer größer ausgestanzt. Ja, also hier habe ich das kleinste Sechseck genommen, hier das zweitkleinste und dann kann ich das hier so hinterlegen. Ja, und zwar habe ich mich jetzt für die Reihenfolge des Regenbogens entschieden. Und dann wird das nämlich ruhiger. Und sieht hoffentlich trotzdem gut aus. Schauen wir mal. Ja, man sollte vielleicht die Silikonmatte nehmen, wenn man sowas macht. Ja, man sollte das. Ja, man sollte das. Ja, man sollte das. So, das ist jetzt mein Aufleger und das gefällt mir deutlich besser als das eben. Auch hier merke ich gerade, wäre es aber vielleicht gar nicht so schlecht, das Gestempelte dunkler zu machen, ein bisschen intensiver. Weil es vom DSP hier, da müsst ihr halt vielleicht einfach euch vorher genauer überlegen, was ihr macht. Nicht wie ich drauf losbasteln. Aber es geht hier, aber es geht hier ja um die Idee, die ich euch zeigen wollte. Also ich habe den Aufleger übrigens jetzt genauso groß gewählt, wie die Karte. Das macht man hier, das macht man ja auch meistens eher nicht, finde ich, sieht hier aber besser aus. Aber auch da kann man garantiert Effekte machen. So, und dann würde ich jetzt noch einen Spruch stempeln. Und zwar so. Da muss ich mir jetzt noch überlegen, was. Ich habe mir das hier rausgesucht, auch ein uraltes Set von Stampin' Up. Irgendwo, also ich mische immer, damit ich nicht so viel Platz habe, es sind zwei verschiedene. Ich will das ganz lieben Dank haben. Das passt hier nämlich perfekt rein. Ich brauche noch mein, entweder mein Schiefergrau oder ich nehme einfach die dunklere Farbe. Das geht natürlich auch. Das wäre dann Anthrazit. Damit das noch ein bisschen mehr raussticht. Ich hoffe, dass es halbwegs gerade ist. Das sieht sehr gut aus. Normalerweise ist es ja so, dass wenn man filmt, es schief geht. So, ja, es war eine gute Entscheidung, das eins dunkler zu stempeln, weil das nämlich jetzt definitiv der Fokus da drauf liegt. Das wollte ich mit der Menschnells machen. Da ist die große Preisfrage nur, wo sind die? Ach ja, ach ja, das ist, wenn man nicht direkt wieder richtig aufräumt. Doch, sie sind da, sie sind nur verstellt. Das gibt es auch. So. So, ich denke, drei Stück reichen da gut. So, ich habe jetzt mit der Karte noch mal ein bisschen rumgespielt, weil ich vorne und hinten nicht zufrieden war mit der Idee. Jetzt kam ich auf die Idee, das hier vorne auszustanzen. Es ist leider ein bisschen schief geworden, aber das ist nicht schlimm, weil mittlerweile weiß ich, für wen ich es mache und was ich draus mache. Und wie gesagt, es gibt Menschen, für die muss man perfekt arbeiten und es gibt Menschen, die freuen sich, wenn sie was Selbstgemachtes kriegen. Und das gerade nicht perfekt ist. So, ich habe mir jetzt noch einen schönen Spruch ausgesucht. Ich muss hier so viel machen, weil es ganz dringend nachgefüllt gehört. Aber ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen bin, habe ich es jetzt richtig rum. Ja. So, passt wunderbar. Gerade Marineblau sollte man immer zumachen, wenn man es nicht braucht. Ganz wichtiger Tipp, weil ich weiß nicht, irgendwie hat Marineblau die Angewohnheit, bei mir überall zu landen. Damit wird die Karte fertig, damit wäre das eine super, super, super schnelle. societatik. Also, sagen Sie, meineola. Ichradige, Wardeen Drucker. Bis zum nächsten Mal.